Hallo Leute, wir sind hier im Relax Hannover mit den Habibi-Brüdern live on stage. Die haben einen neuen 2-Euro-Party-Channel eröffnet, wo die ihre ganzen Bilder und ganzen Videos hochladen. Wenn ihr mal wissen wollt, was hinter den Kulissen passiert, dann bitte abonnieren. Abonniert diesen Channel, alle Handy-Videos, die wir nebenbei drehen, laden wir dort hoch. Und jetzt sind wir gerade hier im Relax Hannover und die bauen gerade hier um, wenn du einmal zeigen könntest. Die haben das extra für uns gemacht, damit wir diese zwei Parodie Teil 2 drehen können. Ihr wisst ja Bescheid, ein bisschen kaputte Gegend und so. Die machen den Laden schön für euch danach. Und abonniert auf jeden Fall den Channel unten hier, wird jetzt eingeblendet, 2 Euro. Party-Channel Habibi-Brüder, da könnt ihr alles mitbekommen, was ihr sonst so nicht seht. Und wenn ihr uns ab und zu sehen wollt, wir sind ab und zu auch hier im Relax, meine Damen und Herren. Ja Mann, come in and relax.